Like, you can't take it back, no I've got so much left to say, go Yo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von The Journey Beim letzten Mal haben wir 3 zu 0 gegen Wigan Athletic gewonnen Sind damit mit 3 Punkten vor Derby Country Haben außerdem einen Tweet von Guess Walker bekommen Und das ist ein ziemlich eingebildetes Tweet, wie ist die Luft da unten Ja, ich würde einfach mal sagen, das zeigen wir dem demnächst Indem wir einfach mit Newcastle aufsteigen Und dann machen wir mal hier weiter Jetzt ist wieder Standards der heutige Schwerpunkt beim Training Oh, jetzt gleich hält er wieder seine berühmte Ansage Bei einer seiner Ja, natürlich, wo ist denn der Williams? Ist der immer noch da drüben? Ja, stimmt, da steht der immer noch Ah, nein, nicht verfügbar, okay Okay, Freistoßgrundlagen Machen wir mal, das konnte ich zwar nicht Aber egal, da müssen wir üben Deswegen, auf geht's So, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie das Tor treffen Äh, gucken wir einfach mal Hoffen wir mal Ja, der war drin, der war schön Äh, so, der geht weit drüber, glaube ich Ne, der ist, boah Der wäre perfekt gewesen Oder fast perfekt Ja, ja, ja Nein, wieder nur die Latte Ich treffe immer nur diese Scheiß-Latte Ja, nein Okay, der ist drüber Ich treffe doch nicht immer nur diese Latte Oh ja, der ist, der ist besser Der ist besser Okay, hä, der ist auch drüber? Muss ich so viel machen? Ah, jetzt ist er vorbei Interessant zu wissen Machen wir so Ja, okay Wenigstens drin Mach ich den jetzt halt immer rein Ja, der geht zu Latte Der geht zu Latte Ja, der ist Latte Was denn sonst? Der ist aber Latte Ja Ich weiß zumindest schon mal, wie man die Latte trifft Der ist besser Ja, der ist drin So, der ist Latte Aber wäre auch für der Latte gewesen Komm, der ist Ne, der ist drüber Okay Freistoß bin ich nicht so gut Da fordert der Trainer mehr Einsatz Das würde ich ihm gerne geben Aber Freistöße mag ich nicht Bin ich deswegen ein bisschen weiter zurück Beim Training? Bestimmt Also bin ich aus der Startelf ein bisschen weiter zurück gekommen Ja, ein bisschen Weiter nach hinten Aber noch Dass wir in der Startelf sind So Äh Okay Wieder ein Tweet von Guess Walker Super, dass Mr. Alexander in der Championship Vom Beginn an ran darf Ist vielleicht mehr sein Niveau als die Premier League Mr. Alexander in der Startelf Das ist ein echter Vollblutkicker Hoffentlich auch ein echter Vollblutknipser Ja Äh Walker ist ein richtig eingebildeter Arsch mittlerweile Ähm Würde ich gerne mal zeigen Was ich so drauf hab Indem ich jetzt mal gegen Queens Park Rangers Einen Hattrick schieße Hab ich so mir gedacht Gucken wir einfach mal Sind im Sturm Aber ohne irgendwie Williams wieder zu haben Egal Wir haben letztes Mal jetzt auch gut funktioniert Das kriegen wir jetzt nochmal hin Haben bald 90.000 Follower Dann sind die 100.000 auch nicht mehr weit So Fortfahren Auf geht's Und Jetzt sind wir Ist das außerdem noch ein Heimspiel Also umhabe ich noch mehr Druck auf Druck auf den Lasten Weil die natürlich alle was erwarten Der Rasen ist nass Das deutet natürlich Boah das Pass ist gut Und es gibt eine Ecke Angriff abgewehrt Bevor es richtig gefährlich werden konnte Komm jetzt machen wir den hier kurz 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 Okay doch nicht kurz Hä Ja toll Jetzt geht in der schwache Passansage Wegen so ner Scheiße Was soll das denn Komm Alter was mach ich denn hier Was mach ich denn hier Hallo Kannst du mir mal bitte meinen Ball geben Richtig das ist meiner Abseits Abseits Es gab bessere Optionen Ich weiß Also lass Lass mich in Ruhe Egal den Ball hab ich Ah Fast erobert Fast hätte ich den Ball erobert Ja gut Erober den halt Mein Kindkollegen Da ist wieder Die Eim Die Eim Hat er mir doch schon mal gesagt Wie der heißt Aber Okay du hast den Ich stehe in der Mütze Schwache Passansage Wird's mich verarschen Komm Ja schön erobert Ja da ist Aber durch den Rasen Ist das eklig hier zu spielen Oh Fast das 1-0 Aber durch den Rasen Ist das echt eklige Pässe zu spielen Die verhungern auf halber Strecke Einfach weil Die nicht richtig rollen können Kann das Spiel mal abgesagt werden Danke Das wär doch mal ein neues Feature Ein cooles Feature Schöner Pass auch außen Da ist Hunter Hör wie Lass der Ich hab doch gepasst Wobei ich den Ball halt wieder Komm noch mal doppelt Oh schade Aber war gut gemacht So komm Kurz 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 Ich stehe Danke Ja Ja Nein Ja Nein 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 Ah scheiße Und per Kopf weitergespielt Das könnte der Gelegenheit werden Ich hab gepasst Jetzt Ey Ich hab geschossen Also bitte Okay Er kann sich da durchsetzen Da ist Weiß ich auch nicht Wer das ist Komm Außen Mach auf die Außen Jetzt schön weit nach vorne Auf Hunter Aber Hunter Heute ist nicht so gerade das Spiel Können Sie jetzt einen Angriff einleiten Gegen Die Rangers Ist das nicht so gerade mein Spiel Aber ich muss das noch Zu meinem Spiel machen Da gewinnt er den Zweikampf Was ein Pass Ja der geht ins Haus Komm Der geht ins Seitenhaus Nicht Oh scheiße Komm Einen muss ich den Ball doch abnehmen Irgendeinen Okay doch nicht Dann bleib ich weiter vorne Da wo ich hingehöre als Stürmer Hey das war ein Foul Wie lass den Ball laufen Ich wurde gefoult Ja das ist halt wieder so FIFA ne Lass den Ball laufen Während ich gefoult werde Wie soll ich denn da den Ball laufen lassen Ganz im Ernst Was soll denn die Scheiße Okay jetzt kriegt der noch gelb Ja weil ich gefoult wurde Kriege ich da vielleicht irgendwie auch Ja das kriege ich ein Plus Ja natürlich Ja für mich geht das in Ordnung Wolf Hartes Einsteigen aber nicht überhart Gute Aktion Schön Ball erobert Klar gibt Einwurf Pech Da ist Pech Ich glaub der hat den Ball jetzt Was machst du denn Wie eroberst du denn den Ball Also mein Da fällt mir nichts mehr zu ein Ist halt auch wieder FIFA Drei Minuten Nachspielzeit Ich hätte gern ein Tor Ich hätte gern ein Tor Für mich Für unser Team Fände ich schön Wie wärs wenn du ein Tor Mast Okay Nein Gut Dann steht zur Halbzeit 0-0 Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich eh ausgewechselt Weil Ist jetzt nicht grad so das Spiel Der Trainer wird wechseln Anpfiff zur zweiten Hälfte Guter Pass So machen sie das Spiel breit Sie suchen die Lücke Weiter geht's Komm schon Klassiges Spiel Guter Steinpass Jetzt schießt er Woah Er trifft den Pfosten Er trifft nur den Pfosten Ahrens Uh Ja schön Hunter 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 schön Das war doch ein guter Pass Oder nicht Hier schickt Gleich gibt's ne Auswechslung Bei der Heimannschaft Ja Schön Das ist bei der Heimannschaft Da Klasse Technik Oh Ich hab doch den Ball erobert Und ich hab den Ball hier nicht angefordert Den Ball holt er sich Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Da holt er den Ball zurück Alter Natürlich ne schwache Passansage Schon wieder Da ist grad hart zu spielen Okay ja Den Ball kriegt er auch nicht Den Ball Spielen sie jetzt aus Also was soll ich hier machen Wie wär's wenn mir das mal gesagt wird So oder wird er Ich bin immer noch drin Und Williams Ist aber Williams spielt nicht mehr Interessant Also beziehungsweise Williams wurde noch nicht eingewechselt Da kommt der Schuss Da passt der Klasse auf Der wird gehalten von Crew Das war ne wichtige Parade Wäre sonst der Rückseite So Sandro wurde bei den Gegnern eingewechselt Da kommt die Ecke Die Ecke können wir aber grad abwehren Komm nach vorne Hallo Das sah gut aus bis hierhin Aber jetzt haben sie den Ball verloren Ich schlache Passansage Okay 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 So Ja Jetzt bin ich in der Mitte auf einmal Ne Ist gut Komm Pass doch nochmal ne aus Boah Was sind das für Pässe Ja Nein Dann foult der ihn Den macht er kurz oder Den machst du doch bestimmt kurz Nein Schade Und da ist wieder cool am Ball Hier komm Was ist das für ne schwache Pass Das ist ein schwacher Pass Keine schwache Passansage Das war ein richtig schwacher Pass Ja schön 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 Ich sehe Bewegung auf der Bank Es gibt Jetzt ist er durch Okay Das gibt einen Foul Ich bin aber immer noch drin im Spiel Das heißt Er hat jetzt Irgendeinen Peres eingewechselt Und der geht weiter So jetzt komm Hau den einfach mal bitte nach vorne Danke Den Oh Koffer habe ich gewonnen Krass Was Abseits Ich raste aus Ich raste aus So scheiß Abseitsposition Woher kommt der Freistoß Der Kopfball Bleibt aus dem Abseits Kommt jetzt erst alles Aber wenn die Warum kriege ich nicht irgendwie Mitleid Bei solchen Schönen Ich brauche Williams Williams hat da einfach mal Eingewechselt Jetzt vielleicht die Flanke Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen Abgefangen Gut gemacht Ja Hau den einfach raus Warum denn nicht Die Jungs geht doch mal drauf Wie wäre es mit drauf Hallo Boah macht mich das gerade aggressiv hier Nein Boah wäre der jetzt reingegangen Wäre der jetzt reingegangen Wäre der reingegangen Das wäre hart nervig Das könnte die Chance werden Da verlieren sie den Ball Da wäre mehr drin gewesen Jetzt gibt es den Endspurt Drei Minuten Nachspielzeit Coalbeck Ah scheiße Das war dumm Jetzt ist Abpfiff 0-0 Das war jetzt kein gutes Spiel von mir Das war überhaupt kein gutes Spiel von mir Der Trainer sagt das auch Mit deinem energischen Pressing Okay als Spielmann musst du nicht bloß Lass den Gegner Okay Äh ja Also wie das mit dem Ball hergeben Und nicht passen Das ist also so wie immer So Jetzt erstmal die Spielbelohnung Startelf Bonus Skillpunkte Jetzt sind wir an 67 Gesamtbewertung Haben wir Drei Skillpunkte Mal gucken Nix Neues hier Aber was Macht sich bereit Für seinen Pokaleinsatz Mein Tipp Mr. Alexander Schießt uns mit einem Traum Die nächste Runde Du musst Du willst doch nicht Dass ich Unrecht habe Oder Mr. Alexander Liverpool stimmt gerade Auf einer Erfolgsrolle Lass dir Zeit Hashtag Liverpool Hashtag Sie Remis ist okay Sieg wäre besser 0-0 gegen Queens Park Rangers Mr. Alexander Hast du das Ergebnis gesehen Oder warst du Zu sehr mit Rumgruppen Beschäftigt Oh Das war Ah jetzt kommt die Kritik Äh holt nur ein Remis Mit Newcastle Ja okay Jetzt werden sie ungeduldig Machen wir hier nächstes Jetzt gegen Redford Spieltag Ja Das machen können wir noch Oder Ah ich glaube Das können wir nicht mehr machen Das machen wir nicht mehr Wenn ich jetzt auf Benden drücke Dann fliege ich komplett raus Ah tatsächlich Gehe ich komplett raus Ja ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Lasst eine positive Bewertung da Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Ciao Leute Haut rein Alright